Saarenal ist ein vom Massentourismus geprägter Ort auf der spanischen Baleareninsel Mallorca. Er liegt an der Südküste der Insel am westlichen Rand der Region Miquión. Saarenal gehört teilweise zur Inselhauptstadt Palma wie auch zum Gemeindegebiet der im Inselinneren gelegenen Stadt Jucmachor. Die Grenze zwischen beiden Ortsteilen bildet der Torrent des Juéos, ein nicht ständig wasserführender Sturzbach, der hier ins Mittelmeer mündet. Saarenal hat 16.709 Einwohner, wovon 10.041 zur Gemeinde Jucmachor und 6.668 zur Stadt Palma zählen. Damit leben in Saarenal etwa 27,2% der Einwohner des Gemeindegebietes von Jucmachor und 1,6% der Einwohner von Palma. Lage Saarenal befindet sich am südöstlichen Ende der Badia de Palma, nordöstlich des Cap Enterocat, das Kap, das die Bucht im Südosten abschließt. Die Entfernung zum nordwestlich gelegenen Zentrum von Palma beträgt 12 Kilometer. Der internationale Flughafen der Insel San Sanjón liegt auf halber Strecke bei etwa 5,5 Kilometern. Saarenal ist unter anderem über die Autobahn MA19 erreichbar, die im Osten am Ort vorbeiführt und Palma mit Jucmachor verbindet. In den Ort hinein gelangt man auf den Landstraßen MA60111 und MA6020. Der Ort Saarenal an der Mündung des Torrentes Jueos liegt an der Meerseite am südlichen Teil der Platia de Palma, dem 6 Kilometer langen Strand von Palma. Entlang dieses Küstenabschnitts befinden sich mehrere Ortschaften, die zum Teil zu Palma oder Jucmachor gehören. Nordwestlich grenzt Palmas Stadtteil Saarenal am Camino de las Maravillas an den Stadtteil Le Meraveles. Zwischen Le Meraveles und dem eigentlichen Saarenal südlich des Camide Cercanagabriela liegt noch SES Garnes, heute ein Ortsteil von Saarenal. Südwestlich der Straße via Dfra Juniper Sera von Saarenal de Jucmachor hinter der Travessia Colombe beginnt das zu Jucmachor gehörende San Verinu. Da die Bebauung fast durchgängig dicht ist, werden die einzelnen Ortschaften von vielen Touristen und Einheimischen oft alle schlicht als Arenal bezeichnet. Der Übergang von Palma nach Jucmachor ist im Ort selbst nicht kenntlich, da die touristischen Aktivitäten und Dienstleistungen dieselben sind. Der Unterschied besteht gleichwohl darin, dass die Gebäude von Saarenal de Jucmachor höher sind als die der Zone von Palma. Geschichte Im Jahr 1887 wird der Ort erstmals in historischen Unterlagen erwähnt und hatte 21 Einwohner. 1910 werden 37 Bewohner genannt. Durch den Bau der Eisenbahnlinie von Jucmachor nach Palma 1914 wuchs die Bevölkerung an. Saarenal wurde zur Wohnkolonie der Strecken- und Steinbrucharbeiter aus den umliegenden Bahnbausteinbrüchen und den Sandsteinbetrieben von Jucmachor. Ende 1930 wurde 379 Einwohner verzeichnet. In dieser Epoche wurde der Ort als es Republikans bezeichnet, bedingt durch die Bewohner, die Mitstreiter der damaligen politischen Bewegung Zweite Spanische Republik waren. Ihr Anführer und Ortsvorstand war Mait-Oumati-Imiquel, der 1936 durch unbekannte Umstände ums Leben kam. Der Name Saarenal kam erst Anfang 1950 wieder in den Sprachgebrauch, als am Strand die ersten touristischen Bauten entstanden. 1960 wurden 1162 Bewohner in den statistischen Daten verzeichnet und ein kleiner Teil des Ortes kam unter die Verwaltung der Stadt Palma. Der ansteigende Fremdenverkehr wird auch an der Zunahme der Bevölkerung deutlich. 1981 wohnten bereits 9106 Einwohner im Ort, davon 5118 im Gebiet von Jucmachor. 1991 waren es bereits 10649 Einwohner. Die Erhebungen der Behörde von 1991 ergaben. Der Teil der Bevölkerung besteht hauptsächlich aus Einwanderern, 45% kamen vom spanischen Festland und war durch Jugend geprägt. Punkt. Sie leben in den neuen Siedlungen von San Verino und dem Wohngebiet um den Sporthafen des heutigen Yachtclubs. Saarenalts Vergangenheit als Fischerdorf ist nur noch dem alten Ortskern anzumerken. Seit den 1950er Jahren führte der zunehmende Massentourismus zu der heute sichtbaren Bebauung, die sich weiterhin in ständigem Wandel befindet. Wirtschaft und Infrastruktur Die Wirtschaft von Saarenal ist fast vollständig auf den Tourismus und dabei auf die Lage des Ortes an der Platia de Palma angelegt. Hier befinden sich drei der insgesamt 15 Balnearios des Strandes, bei denen es sich um Strandabschnitte mit etwa 200 bis 300 Meter auseinanderliegende Bars handelt. Die Uferzone wurde Ende des 20. Jahrhunderts neu gestaltet, indem man eine Uferpromenade baute, mit Palmen bepflanzte und den Autoverkehr einschränkte. Die meisten Hotels entstanden zwischen 1960 und 1968. Insgesamt bilden die etwa 70 Hotels in Saarenal mit den rund 65 Hotels der angrenzenden Orte an der Platia de Palma die Grundlage für den Massentourismus. Einem Ziel vor allem auch deutscher Urlauber. Am Ostrand des Zujukmachor-Gehörendenteils von Saarenal an der Carré de Calabla war wurde mit dem Aqualand ein Erlebnisbad angesiedelt. Es ist der größte Wasserpark Mallorcas. Sehenswertes, alter Ortskern von Saarenal mit typischen Häusern aus der Grüntier-Zeit des 18. und 19. Jahrhunderts. Moderne Marina von Saarenal mit 630 Liegeplätzen und dem Yachtclub CNA. Als eine der bekannten Anlagen des Segelsports der Baleareninsel liegt der Hafen südlich der Platia de Palma an der Carré de los Roses. Kleine Badebuchten, die zum Schwimmen geeignet sind, liegen abseits des Massentourismus entlang der Felsenküste in Richtung Jogmachor. Wie zum Beispiel, Carlo de Sant'Antoni S.A. Roque des Touristas S.K.I.ON DES FORNAS und RENTADOR DES A SENIERE. Siehe auch. Ballermann 6. Ballermann 6.